Gealan Care ist die Produktfamilie von Gealan für gesundes Raumklima. Care steht für Controlled Air Regulation. Das Produktprogramm der Care-Familie geht von Lösungen für passive Lüftung zum Feuchteschutz bis hin zu dezentralen aktiven Lüftungssystemen mit Wärmerückgewinnung für hohen Wohnkomfort. Gealan Care Smart ist ein aktives Lüftungssystem mit effizienter Wärmerückgewinnung. Es wird dezentral am Fensterelement montiert und bietet hervorragende Leistungswerte. Das Lüfterelement kann senkrecht und waagrecht am Fenster oder sogar raumhoch an Fenstertüren montiert werden. So kann der Lüfter auch verdeckt hinter RAF-Store-Anlagen zum Einsatz kommen. Der Kreuzwärmetauscher im Gerät erreicht eine Wärmerückgewinnung von bis zu 91%. Warme verbrauchte Luft wird nach außen abgeführt und überträgt dabei die Wärmeenergie auf die kühle Frischluft. Das Ergebnis? Frische und saubere Luft gelangt vorgewärmt in den Raum. In den Gealan Care Smart ist modernste Ventilatoren-Technologie integriert. Sie bietet Luftwechselraten zwischen 4 bis zu 40 Kubikmeter pro Stunde. Die Nutzer können zwischen einem Automatikmodus oder 5 Lüfterstufen wählen. Die hochwertige Lüftereinheit arbeitet im Verborgenen, verdeckt durch eine Blende. Ein berührungsempfindlicher Taster zur Bedienung und leistungsfähige Filter sorgen für optimale Ergebnisse. Sensoren im Inneren des Lüfters messen kontinuierlich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Innen- und Außenluft und sorgen so mittels Softwaresteuerung für eine optimal abgestimmte Raumluftqualität. Durch ein flexibles Bedienkonzept kann die Gealan Care Smart Einheit an verschiedenen Einbausituationen angepasst werden. Bedienung durch Taster direkt am Gerät, Bedienung über App-Steuerung, Bedienung über klassischen fest installierten Schalter in Wand- oder Fensterlaibung. Über den verdeckt eingebauten Taster können alle Funktionsstufen des Geräts ausgewählt werden. LEDs zeigen die Einstellungen an. Zur komfortablen Steuerung von Gerlan Care Smart über mobile Endgeräte steht die eigens entwickelte App Gerlan Home zur Verfügung. Neben der Bedienung bietet die App nützliche Zusatzfunktionen wie zum Beispiel die Anzeige der Luftfeuchtigkeit oder der Temperatur. In der App können Räume angelegt und den Lüftereinheiten zugewiesen werden. Außerdem lassen sich Szenarios erstellen, welche die Bedienung erleichtern und damit den Nutzungskomfort erhöhen. Über ein zusätzliches Gateway-Modul wird die Gerlan Care Smart Lüftungseinheit fit für die Zukunft und kann in ein Smart Home System eingebunden werden. Genauso flexibel wie Betrieb und Bedienung der Lüfterelemente ist auch der Einbau in der Fassade. Gerlan Care Smart kann außen sichtbar und farblich passend zum Fenster eingebaut werden. Oder vollständig verdeckt, sodass lediglich die Lüftungsein- und Auslässe in der Laibung sichtbar sind. Gerlan Care Smart – dezentrales Lüftungssystem mit aktiver Wärmerückgewinnung. Wird direkt seitlich oder waagrecht am Fenster installiert. Passt farblich zum Fenster. Smart Home Ready. Leistungsfähig. Bis zu 40 m³ pro Stunde Luftaustausch. Wärmerückgewinnung bis zu 91%. Wärmer- Здесь direktkontakt. Wärmer- lleva alleinigen plaisir. Wirkaai.